Herzlich Willkommen zum Lernvideo BuddyXQ. In den folgenden Sequenzen werden wir Ihnen zeigen, wie Sie dieses Animationsprogramm bedienen können. Doch zunächst wollen wir auf die Webseite von BuddyXQ gehen, um diese herunterzuladen. Bitte öffnen Sie dazu Ihren Browser und geben ins Browser-URL-Fenster www.buddyxq.org ein. Dann öffnet sich die Startseite von BuddyXQ. In Einzelfällen kann es sein, dass hier die englische Sprache ausgesucht ist. Dazu sollten Sie dieses Fenster hier oben aussuchen und Ihre Landessprache auswählen. In dem Fall hier die deutsche Sprache. Und dann ist für uns hier in dem Tutorial, also in dem Lernvideo entscheidend, diese zwei Dioramen. Und wir sehen hier unten die Optionen, die Sie hier haben, dieses Programm herunterzuladen. Das ist zum einen über den Apple Store als Applikation für iPad oder für iPhone. Oder über den Android, Google Play Store ebenfalls als Applikation. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, das gesamte Diorama als Download für den Macintosh herunterzuladen. Und für den Windows PC, in unserem Falle, nutzen wir die Möglichkeit, das über den Windows PC abzuspielen. Drücken Sie dazu auf Download und die Datei lädt sich runter. Achten Sie bitte darauf, wo genau die Datei hingespeichert wird, dass Sie den Speicherort auswählen. In meinem Fall hat sich die Datei direkt in das Desktop-Fenster gespeichert. Und wir sehen hier eine WinRAR gepackte Datei. Sollte das bei Ihnen nicht der Fall sein, gehen Sie bitte auf WinRAR, auf die Startseite von WinRAR und laden sich das aktuelle Entpackungsprogramm herunter. Und dann können Sie auf Doppelklick diese Setup-Achse sehen, welche durch einen erneuten Doppelklick sich entpackt. Wählen Sie Ihre Landessprache aus. Drücken Sie auf Weiter. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, den Speicherort für die Software auszuwählen. In meinem Fall ist das die Festplatte C. Oder auf Weiter klicken. Dann hier auf Desktop-Symbol erstellen. Und weiter klicken. Und installieren. Wenn das erledigt ist, sollten Sie auf Ihrem Desktop dieses Symbol haben. Dort klicken wir doppelt drauf. Und die Applikation öffnet sich.